Yo Leute, was geht denn ab? Wir sind mit der Grom unterwegs und die Rentiere gucken mich da drüben übelst an. Wo ist denn euer Schlitten, Alter? Wo ist euer Schlitten, Mann? Spaß, wir sind hier mit der Grom wieder mal unterwegs. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber wir driften hier richtig geil hin und her. Ich feiere das richtig hart momentan. Mal so ein bisschen Blödsinn machen, mal wieder mit der Grom. Ich habe halt kein Profil mehr hinten. Also, wenn ihr das seht, der Reifen ist so ziemlich am Ende. Der Maxi ist M6024. Vorne geht es noch, aber hinten ist der schon ziemlich am Ende. Wen wundert es auch bei meiner Fahrweise so. Hat aber jetzt eh ein Jahr gehalten. Ich will wieder mal Wheelies üben mit der und ein bisschen Blödsinn machen einfach so. Digger, einfach so. Einfach übers Feld heizen. Das bockt sich richtig hart. Ich will immer so umdrehen können. So auf Keys, so, you know, hoch. Erstmal mitten ins Feld rein. Digger. Das ist wie im Schnee, ich schwöre es euch. Das ist wie im Schnee, im Winter, wie ich gefahren bin. Sau geil. Die Rentiere gucken schon wieder, was geht denn? Das ist zu witzig, Alter. Ich schwöre es euch. Ich hole mir jetzt bald noch wieder einen neuen Maxis-Reifen. Ähm, vom Winter noch, damit wir im Winter geil im Schnee fahren können. Und durch die Wiesen und so, für den Winter muss wieder fresh sein alles. Aber ich glaube vorne reicht noch, oder? Schreibt mir mal eure Meinung rein, Leute. Ich brauche dir jetzt euer Wissen. Reicht dieser Reifen für den Winter? Reicht der so? Ich glaube schon, oder? Ja, das sieht gut aus. Aber hinten brauche ich halt einen neuen, wie gesagt. Und ja, ähm... Ich will immer wieder Wheelie fahren. Ich habe so Schiss, weil mich hat es sehr zerlegt mit der, gell? Brrrr. Oh man, ich habe schon ewig lang keine Wheelies mehr gemacht mit der da. Die ist halt so instabil so. Wenn du ein bisschen Arsch bewegst, hast du sofort die Unruhe drin so. Oh, wichtig Fuß über der Hinterradbremse halten. Das ist das Wichtigste. Das habe ich nämlich, ich bin nämlich damals abgerutscht. Passiert mir öfter. Brrrr. So, nicht zu viel jetzt. Brrrr. 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 Scheiße, Digga. Ist das wieder eine Umstellung, Mann. Ich packe das gar nicht, ey. Brrrr. Brrrr. Oh mein Gott, das fühlt sich einfach an wie 10 Meter, Alter. Weißt, ich kann ja Wheelie fahren mit der Duke und so. Kein Problem im Kipppunkt. Aber, seit es mich mit der zerlegt hat, irgendwie hat sich da mein Kopf was umgestellt. So, irgendwie, ich weiß nicht. Äh, das ist gar nicht mehr so geil. Brrrr. Brrrr. Und irgendwie muss ich wieder reinkommen. Brrrr. Brrrr. Ich muss wieder ein bisschen mehr anreißen auch. Weil ich glaube, die Kette ist wieder ziemlich am Arsch. Brrrr. 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 Sehr, sehr traurig bin ich darüber, weil ich brauche neue Kettenspanner, weil diese Kette, ich schwöre es euch, diese Spanner, egal was du machst, die fallen immer raus. Das ist der billigste Scheißdreck, den ich jemals in meinem Leben gesehen habe, bei irgendwas. Ich brauche wirklich, da gibt es so Kettenspannteile, die tut man rein und die kann man mit einem Imbusschlüssel dann verstellen. Und die fallen auch nicht mehr raus, nicht mehr so behindert. Und dann kann man geil die Kette spannen. Aber die originalen Kettenspanner, ey, bei Honda, ihr gehört alle, alle gefeuert, Alter. Wie, das ist sowas von beschissen zum Einstellen. Das fuckt richtig ab. Aber nichtsdestotrotz will ich Willis üben. Und ich verstehe halt irgendwie auch nicht, warum die Karre nicht besser hochgeht, weil ich habe ja andere Kupplungsfedern drin. Wahrscheinlich schon zum Arsch. Ne, keine Ahnung. Auf jeden Fall will ich halt, dass die besser hochgeht. Ich habe eigentlich gedacht, dass die dann im zweiten und dritten auch noch hochgeht, so. Weil der Druckpunkt ist ja doch jetzt wie bei einem großen Bike bei der Kupplung. Aber leider fehlen da doch die ein oder anderen PS. Ich weiß nicht, woran das dann genau liegt, weil ich bin kein Mechaniker. Aber man, geh mir nicht auf den Sack. Ich will einfach, dass das Ding wheelt. Und ich sage es euch, die Grom ist wirklich eines der geilsten Zweitbikes, die man haben kann. Ohne Witz. Also ich glaube, das einzige, was noch vielleicht geiler wäre, ist vielleicht eine Supermoto. Aber ne Grom. Ähm. Ich fahre eigentlich komplett falsch. Boah, fuck. Ich wollte gar nicht hin, Alter. Ähm. Wo kann man Willis üben? Das ist doch für den Arsch. Ich will nicht behindert rumfahren in der Gegend, sondern I want to wheelie. Ich weiß, wo wir wheelie fahren. Fuck, das muss ich wieder umdrehen. Ähm. Die Frage ist nur, ob die Firma jetzt noch arbeitet um die Uhrzeit oder nicht. Fragt die Anwohner werden sich auch denken so, was fährt der ganze, was fährt der Spaß hier den ganzen Tag hin und her so. Kennt sich nicht aus so. Sehen wir schon, das Leben hier riskiert bei diesem Bahnübergang, Leute. Das Auto denkt sich auch wieder, ja, da kommt auch schon wieder zurück, der Junge. Fragt, der denkt, ich bin komplett behindert, Alter. Ich bin gerade hängen geblieben mit meinem Fuß zwischen Schalthebel und Asphalt. What the fuck, Alter. Ich muss mal einen Ölwechsel auch machen bei der. Das ist eigentlich nicht so geil, weil ich hab da eigentlich gar keinen Bock drauf. Weil muss man wieder Öl kaufen, muss man wieder Siebringe, Dichtringe kaufen, muss man wieder Geld ausgeben. Naja, aber bei dem ist ja relativ günstig. Ich glaub, die braucht einen Liter Öl oder so. Äh. Ich glaub, das habe ich sogar noch zu Hause. Es ist halt die Frage, ob ich das benutzen kann, so. Und ich glaub, bei 8.000 Kilometern musste ich wieder zum Service. Ich bin mir nicht sicher, aber ich werd dann auslassen, weil bei 4.000 hatte ich Service. Das ist erst 2.000 Kilometer her, so. Und ich weiß nicht, da wurde irgendwie nix grobes gemacht. Ich glaub, Ventile wurden eingestellt und die waren nicht mehr wirklich krass anders, so. Also, ich denk mal, dass wenn man jeden zweiten Service bei der Grom macht, das genügend reicht. Digga, welches Bike hat einen 4.000er Intervall, so, weißt? Klar, das Ding hat halt kein Ölfilter, so. Muss man halt vielleicht ein bisschen öfter Öl wechseln. Hab ich aber auch nicht gemacht, so. Also, scheiß dich da nicht immer so viel an. Was ist denn hier los, Jungs? Jungs, was ist denn hier los? Hat sie gecrashed, oder was? What the fuck, Alter? What the fuck? Ha! Schau, sein Vater aber extrem, Alter. Was ist denn hier los? What the fuck? Yeah. Oh fuck. Richtig gefährlich, Alter. Vollgas jetzt, Junge! Komm! In die Masse rein jetzt! Wir haben gerade Matrix übrigens, ein neues Album. Ultraviolet 3. Richtig, richtig geil. Richtig oldschool Matrix-Feeling. Könnt ihr mal abchecken. Ich hab's mal verlinkt unten, oder auch nicht. Keine Ahnung. Schiebt euch das ins Arschloch, Alter. Aber wir sind gleich da bei meinem Willi-Spot. Und dann ficken wir mal wieder die Kette, weil die ist eh schon am Arsch genug so. Ich glaube, ein neuer Kettensatz wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht auch. Und irgendwie eine bessere Kette. Irgendwie ist das voll die Fahrradkette voll ranzig, voll klein und dünn und billig. Und äh. Außerdem rostet die schon übel, weil ich halt im Winter auch gefahren bin, letzten Wintermitte. Ja, ist halt mein Winterbike. Deswegen auch die geile Oxford-Griff-Heizung. Jetzt für eine 49,99 auf Amazon. Hoffen wir mal, dass bei der Firma Platz ist. Ich hab auch nicht mehr so viel Akku, leider. Ich hab heute schon zwei Videos aufgenommen. Deswegen hoffe ich, dass der Akku reicht. Wenn er nicht reicht, dann fick dich ins Knie. Boah, Digga. Das erste Lied beim Metrix am Album. Dieses, ähm, Massi Marciano. Rocky Marciano. Spotify's Nato. Scotty B Missou. Ich hab kein Bock auf diese Pablo's. Ist zu erotisch, wirklich. Da kitzelt mein Ohrschloch, wenn ich das höre, Alter. Ist halt peinlich, wenn sie mich jetzt hier aufs Maul legt. Und wenn hier Leute arbeiten. So, aber ich glaube, hier arbeitet keiner. Hier sind perfekte Wheelie-Spot, Friends. Digga, wenn sie mich aufs Maul legt, ich würde weinen. Alter. Weil es erstmal peinlich ist, sein Vater. Grüß dich. Grüß dich, Jungs. Rocky Marciano. Digga, ich krieg diese scheiß Karre nicht mehr hoch, Alter. Ich krieg sie einfach nicht mehr hoch. Wie hab ich das damals gemacht, Alter? Irgendwie, ich weiß nicht, lass Kupplung halt schnalzen und so. Aber irgendwie... Irgendwie, ich weiß nicht. Weiter zurücksitzen, wahrscheinlich so. Meine Güte, Alter. Oh, der war gut. Der war gut. Ich hab halt ewig lang keine Wheelies mehr gemacht, Alter. Müssen mir das verzeihen, Friends. Das macht mich nervös, wenn die da im Auto sitzen und mir zugucken, Alter. Ich hoffe, die rufen hier nicht die Bullen, Alter. Rocky Marciano. Ah, ich muss auch irgendwie dann noch schalten lernen. Was ist denn da hinten? Geht's da noch weiter? Und ist einfach nur aus. Okay, ist einfach nur aus. Ja. Ja. Dinger. Stell dir vor, du sitzt im Büro, guckst aus dem Fenster und dann legt's grad einen auf so ein Ding. Ich muss halt irgendwie mehr anreißen. Ich hab Angst, dass ich dann hinten rüber fliege, Alter. Ich glaub, das Bike selber hat Angst vor Wheelies, irgendwie so. Digga. Scheiße, Mann, ich krieg's nicht mehr hin. Leute, ich würd sagen, das war's mit dem Video. Ein Daumen hoch ist gleich ein Meter Wheelie. Leute, macht euch einen schönen Tag. Ich schäme mich zu Tode. Ich glaub, ich übe lieber wieder Wheelies mit der Großen, mit der Duke. Und fahr das Ding einfach nur im Winter, Digga. Yolo, Capolo. Aber wie hab ich das damals geschafft, Mann? Das schäme ich halt grad gar nicht. Wie hab ich das damals so gut hochbekommen auch? Ich glaub, ich bin langsamer gefahren beim Wheelie, oder? Beim Starten. Ich muss mir die Videos noch mal angucken. Aber irgendwo ist der Haken, Junge. Irgendwo ist dieser Haken, Mann. Digga, Kurvenballern mit der ist aber auch mega nahe, Alter. Ihr müsst euch bedenken, das sind Stollenreifen, Alter. Ja, Leute. Wie gesagt, geht eine Bewertung ab. Daumen hoch. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder mit der... Komm. Ich küsse eure Augen, Leute. Ausgürbe. Aber может ist diesesо sejaiert... auf dem, auf dem, alle bericht nachTHendend.